Hallo, ich bin Big G Video, ich mache Videos über das Erstellen von Videos und heute rezensiere ich Steve. Küssig Intens. Vielleicht fragen Sie sich, was IAI ist. Nun, Steve AI wird Ihnen von den Leuten zur Verfügung gestellt, die Animaker entwickelt haben. Es ermöglicht dir, Text zu nutzen, um Erklärvideos zu erstellen. Also ich denke, dass man mit Steve AI in weniger als 60 Sekunden ein Erklärvideo erstellen kann. Also werde ich es testen und dir zeigen, wie es funktioniert. Lass uns loslegen. Ich bin also im Dashboard von Steve AI und hier haben wir die Optionen Live und Animationsvideos. Also, mit Live wird Archivmaterial verwendet und mit Animation wird ein Erklärvideo erstellt. Also, Sie können entweder ein Skript eintippen oder einfügen oder einen Blog zur Erstellung einer Animation verwenden. Hallo und herzlich willkommen auf dem Big G Video Kanal. Ich drehe Videos über das Videoproduzieren. Das beinhaltet Videobearbeitungssoftware, Videoausrüstung und Tutorials. Ich produziere viele Videos darüber, wie man Erklärvideos erstellt. Also, ihr habt gerade den Kanal-Trailer gesehen, den ich komplett automatisch mit Steve AI erstellt habe. Für mich aus der Tiki. Jetzt werde ich es bearbeiten und Ihnen zeigen, was Sie mit etwas mehr Individualisierung machen können. Zunächst einmal hat es dieses Bild ausgewählt. Es ist eigentlich nur ein Icon. Und es zeigt jemanden, der für YouTube filmt, aber kocht. Das will ich ändern. Also werde ich auf Eigenschaft ändern klicken und etwas Passenderes finden. Passt schon. Das gefällt mir. Ich werde das Symbol ändern. Also nochmal, ich kann entweder diese Icons verwenden oder einen Charakter auswählen und ich werde mich für diese Figur entscheiden. Ich muss ihn austauschen, damit ich denselben konstanten Charakter beibehalten kann und seine Handlung passt. Wir können aus all diesen Optionen wählen. Das sieht gut aus und ich bin fertig damit. Und es war so einfach, das zu ändern. Also mit nur wenigen Klicks in unter einer Minute habe ich es so geändert, wie ich es wollte. Also werde ich einfach auf Veröffentlichen klicken. Hallo und herzlich willkommen auf dem Biggie-Video-Kanal. Ich drehe Videos über das Videoproduzieren. Das beinhaltet Videobearbeitungssoftware, Videogeräte und Tutorials. Ich produziere viele Videos darüber, wie man Erklärvideos erstellt. Also haben wir uns Animationen angesehen und neben der Erstellung von Erklärvideos können Sie auch Live-Videos erstellen. Ein Live-Video beinhaltet sowohl Videos als auch Bilder. Das sind eigentlich nur Stockaufnahmen. Lass uns jetzt mal schauen, wie wir das umsetzen können. Hier ist die Oberfläche, die ich verwenden werde, um den Text hinzuzufügen. Ich kann entweder aus den Optionen auswählen und automatisch ein Skript generieren lassen oder ich kann auf eigenes Skript erstellen klicken. Ich werde hier einfach das Skript automatisch generieren. Das ist nichts, was ich nutzen werde, also werde ich es löschen und meinen eigenen Text einfügen. Das wird automatisch in Szenen umgesetzt. Ich brauche vier Szenen und möchte diesen Text einfach verschieben. Außerdem muss ich ihm einen Titel geben, YouTube Trainer. Ich werde ein Voice-Over hinzufügen und dafür US-Englisch verwenden. Das ist alles, was ich im Moment auswählen kann, männlich. Ich werde Messio als Stimme auswählen und dann zum nächsten Schritt gehen. Also muss ich den Stil auswählen und ich mag diesen Stil, das ist ziemlich cool. Das klingt logisch. Das klingt logisch. Ich würde das hier gerne ändern. Hallo und herzlich willkommen auf dem Biggie-Videokanal. Ich drehe Videos darüber, wie man Videos erstellt. Das beinhaltet Videobearbeitungssoftware, Videoausrüstung und Anleitungen. Ich produziere viele Videos über die Erstellung von Erklärvideos. Also, Steve AI hat ein enormes Potenzial. Ich denke, es ist wirklich gut. Es ist super einfach zu bedienen und du kannst damit ganz leicht Live-Videos und Erklärvideos erstellen. Und ich habe noch nie ein Erklärvideo so schnell gemacht wie mit Steve AI. Es dauert weniger als eine Minute, um ein wirklich gutes Erklärvideo zu erstellen. Aber lassen Sie uns über die Preisgestaltung sprechen. Sie können eine Testversion mit Steve AI durchführen und Steve AI beginnt bei 9 Dollar pro Monat. Du bekommst eine Videoauflösung von 720p und kannst 5 Videos pro Monat erstellen. Ich habe Steve AI jedoch über einen Plan mit Pitchground erhalten und den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das bedeutete lediglich, dass ich einen lebenslangen Deal bekam, anstatt monatlich zahlen zu müssen. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ich empfehlen kann. Wenn du also auf die Webseite gehst, kannst du dich kostenlos anmelden und es ausprobieren, um zu sehen, ob es dir gefällt. Du kannst nur eine begrenzte Anzahl von Videos erstellen, aber du kannst es trotzdem ausprobieren. Und im Moment erhält man Rabatte. Allerdings sind diese Rabatte nicht so attraktiv wie das lebenslange Angebot auf Pitchground. Ich werde es ständig nutzen, um sehr kurze Erklärvideos zu erstellen und bin wirklich begeistert davon.